hallo und herzlich willkommen zur 10 folge minecraft speedrun und in der letzten folge war mir irgendwie auf tiersuche und ja und habe jetzt eigentlich ziemlich viel esse also für unsere verhältnisse ja das ist also was heißt ziemlich viel normal viel so dass es einigermaßen reich glaube ich und ich auf jeden fall jetzt haben wir so eine idee gehabt man könnte uns ein schacht nach untergraben nach dias suche ich weiß nicht ob das so effektiv ist also erstmal ein schacht 2 breit nach untergraben dann können wir damit der leiter hoch und runter und dann und es tut meine auf höhe 11 10 12 13 14 15 und ich glaube davon ich fange einfach mal an damit ich nehme ich hole mir fällt das schon mal ein bisschen holz noch ja das wollte ich auch machen weil ich wollte endlich das archiv für den notsch apfel für den notsch für die notsch wir können warte mal machen das ist gerade mal du brauchst dich aber nicht gerade oder wir machen so eine schräge treppe das ich würde ich würde ding sich wird so zwei breit mache immer die wechseln dass ich gar nicht in lava oder so rein fliege weißt genau aber trotzdem so treppenmäßig okay können wir schon machen also dass in der mitte so platz eine säule ist nur rechts und links so treppe runter so im kreisel immer nein 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 nicht so einfach eine treppe runter gerade die haben wir ja schon die treppe ja aber noch weiter das sind noch viel 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 tief und dann unten strip mein also ich würde halt so eine leiter runter mache ja das kann man auch mal weil ich würde mal ja gut stellen das kann man auch später noch mal genug eisen haben das archiv mit mit wie heißt lege ein kilometer mit lore zurück ich bin auch dumm alter ich muss mir erst mal dings machen ich habe gerade noch gesagt ja ich fahre mit das schmal holz was mache ich baue mich klar runter ich bin nach genius ja du bist kein dativ du bist keiner kursativ und auch kein nominativ ja 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 ich weiß dass die griffe aus dem deutschen unterricht ich bin voll sicher nicht so was ich weiß dass die archiven ist aus deutschland aber ich muss nach die bäume noch bis hoch fälle sonst bleibe ich ja immer so verkrüppelt stehen das finde ich auch nicht ja das macht keiner wenn sie so aussehen wie danilo ja ich bin so gemein danke für das kompliment das ist aber einmal dann eben noch zehn minuten hat ja dann gibt es essen du pisser dann gibt es erst durch den musik alter ja wo sie mit dem musik spielen la 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 ja jetzt habe ich den baum eine weiß darüber ich gerne reden würde über was so verschissene namen wie danilo 16 der witz wird langsam alter das neues ausdenken ist aber so schwierig die meisten dinge nicht fallen einem auch komplett spontan ein ja ich zu dieser job das hier links brauche ich habe jetzt ein fichten setzling drop mir mal ein apfel den hole ich mir irgendwann mal später da werden apfel dabei war das so eine scheiß hose ganz viele leitern die bäume vorhin abgebaut auf welcher höhe sind wir denn hier höhe 64 also müsste eigentlich 64 leitern reichen logischerweise 0 ja mir gehe auf elf oder so ich mir gerade helfen leitern setze oder so die jahre ist da kommen wir uns glaube nicht wäre oder wenn ich genug zu essen habe und was haben wir noch zu essen davon würden wir haben genug zu essen ja echt zu haben habe ich mich gerade auch gefragt irgendwie ich habe doch gespürt kann mir habe mir habe esse gefahren und aber naja könnte sein dass ich gleich stirb der schnitt gut ja ah nee schlecht oh gott hier schlecht ja so in real life oder minecraft minecraft habt ihr den kugelfisch gegessen warum weil ich hunger hatte ach so ihr müsst wissen die letzte folge ist schon ein bisschen her also die aufnahme deswegen aber sieht man so ganz sicher was er gemacht habe ich glaube ich letzte oder vorletzte vor folge ja nicht woche folge den gemacht haben amt gemacht gedings haben wische gehangelt ja das haben wir vorletzte folge gemacht die achte da haben aus bett gefunden also halt haben wir nicht so ein bett gemacht das war die achte dann haben wir uns gemeinsam reingelegt das hat anilo gefallen das hat er mir erzählt welche höhe sind wir jetzt der will ein und erhöhe 21 das sieht doch gut aus troppel runter schön fahren ich muss unsere farm irgendwie größer machen mit der zeit so jetzt bleibe einfach auf höhe höhe 11 würde ich sage ja jetzt leitern hoch wenn ich hier irgendwo tiere gefangen gehabt das wird schon wieder dunkel willst du nicht mehr hochkommen ich komm mein herz ist man die nicht schlagen so richtig schlag mal gerade darunter fall der schlägt mich gedacht ding da wäre der leiter jetzt wird gewissen ich habe bein wie fast du level 23 22 was 23 die sind sie denn mein herr 25 fast schon vier 23 und so gezüchtet die musste ich auch mal wieder herr ich zu die müssen wir mal unseren wohnort hole ich bin ober dann ist schon im bett ready ich komme habt ihr säcke vor der türe warum macht ihr die nie zu ja wir wohnen auch am berg du legst gar nicht im bett was lachen ich bin immer weit ich war immer draußen das system und ich gehe dann mal oder händischen ein verreckendes skelett das töd ich jetzt mal natürlich level wo waren überhaupt die rasen die waren irgendwo hinten am berg das weiß ich habe ich muss auch irgendwas zum essen also dass die hühner und ich gehe schon mal dias form ich mache mir jetzt ein paar spitzhacke und dann gehe ich ein bissel dia farmen und so ich habe eigentlich immer gar kein weizen hier raus zum anderen hoffe ich mal dass ich den schon letzte folge weizen geben habe dass sie sich vermehrt haben und ich jetzt einfach nur noch töten muss wo sind die hinten waren es irgendwo das nicht unbedingt alles abholzen komplett alles kann ich jetzt auch gleich machen hier da kann ich mich erinnern an den stein willst du für eine pilzsuppe eine fliegenpilze oder so findest in der hülle mitbringen ja oh ja hier sind sehr 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 viele so ich geht es mal in die hülle und das war es leider war hier war noch auch noch irgendwelche hier speine zwei stück nein kann ich nichts mit an ich komme irgendwie so vor wie so ein bergarbeiter der jetzt in die höhle arbeit geht ein kumpel zu sein eingestürzt nein darüber macht man keine witz der jenner beendnissen höhle und eisen ich habe man statt ja man zu wissen ja auch sein war jetzt das letzte stück wo man was sieht und weiter gehe ich auch nicht rein ich kann auf jeden fall bei uns ins haus rum alles abholzen ja so bis jetzt habe ich nicht mehr wie eise gefunden ich hätte die ganze monge das beunruhigt mich das überhöhlen auf der anderen insel müssen unbedingt alle erforschen echt so von mir erforsche eigentlich viel zu wenig bis auf die erste fünf folge oder so nur farme war und eigentlich nix erreicht habe ja genau deswegen das war jetzt richtig unnötig ich habe jetzt bis jetzt ein habe ich mir gebracht ein rohes steak gut jan macht fortschritte total ich finde die gefahren immer aber wenn du jemanden findet muss das mit sagen also zwei und dann sehe ich was wir machen ist eine lapis nice das brauchen auch wieder zu verzaubern so einmal machen wir erst eine spitzhacke und dann machen wir einen zaubertisch das ist das erste wahrscheinlich was mehr oder was sinnvoll wäre glaube ich oder prinzip schon das brauchen wir eisen brauchen drei stück mein schwertes in der eu unnötig da brauchen wir das redstone ok das sieht nicht mal schlecht aus weil wir redstone sind meistens auch partiers also soweit ich weiß anielos theorien wo redstone ist ist auch jemand überwachen also habe ich immer so gehört ich weiß ja nicht ob es stimmt aber ich habe wieder spinnen ja trotzdem nichts zu essen werden da irgendwann mal ein wenig krepieren wenn wir nichts finden ja echt so das ist echt so ey aber ich glaube wir müssen dann leider gleich schon aufhören wenn du wieder da bist ja echt so ich komme dann gleich wieder zurück aber das ist wieder so richtig so richtig unnötige hülle als script mining tor ja aber die ende folge ist auch alles unnötig ja echt so ich mache ich nur unnötiges zeug mann ach mann ich habe gedacht jetzt gehe ich in die höhle rein und finde gleich dias so richtig optimistisch wobei das ist mir ein paar mal passiert ich bin in eine ganz tiefe höhle untergefallen habe ich umgesehen und dann waren da einen diamanten ich bin in einer hülle drin los deimos ja oh oh dias das machen wir in der nächste folge nein 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 oder sollen wir es jetzt noch machen ja aber nicht bei der baule ja ja ne ich komme einfach vorbei ja noch nicht abbauen noch nicht abbauen ich mache hier mal zu dass ich keine monster komme junge ich komme einfach am ende vom gang zu einer höhle sind es auch zwei es sind vier oder fünf oder so es sind nicht weniger ok das finde ich jetzt schön äh wo bist du einfach den dings runter und dann den langen gang vor ja das sind dann nilo so komm am ende vom gang da wo koppel ist da einfach abbau und dann sind wir in der höhle ok erst mal ausleuchte erst mal hier alles ausleuchte und dann erst abbau oh das sind viele das sind richtig viele ich gehe mal in die andere Richtung oh da sind noch mehr dias ok 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 dann ich habe ein mikro aus was hier gerade ausgeschaltet oder so ok ich mache hier mal das ding zu ich mache hier mal kurz zu ja ja so ich mache hier einfach mal zu sicherheitshalber dass ich mir jetzt die ganze zeit überrascht werde so und du machst hier mal dahinter sind auch noch dias hinter der lava sie stieg warte ich baue erstmal außer rum ab boah sind es viele nicht mal so klein boah wie geil riesige ader wie viel hast du ein hasch abbaut oder ja einfach in dem archivment ok es sind fünf ok das geht jetzt muss ich nur schauen dass ich nicht sterbe ja genau nice boah das ist perfekt für den zaubertisch und so ja genau mach erstmal alles hier zu alles zu mache jan da drunter ist lava unter den diamanten ist lava aufpassen hier mache ich zu so nice warte unter drunter ist lava genau ich habe es zu gemacht kannst du abbauen ohne bedenke oh so das war jetzt super gut dann können wir hier die folge nein wir müssen doch beenden wir hier die folge nein 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 wir wollen ja hier wieder ja und ist doch egal ja und nein ja und ich beheu ja erstmal noch redstone ab also gut ich beende jetzt einfach hier die folge ok gut ich beende auch hier aber dann machen wir genau genau und ich sage wenn es euch gefallen hat lasst einen down und dann sehen wir uns bei der nächste folge beim jan ciao 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 ciao